Ein Staubsauger hat bei einer Spannung von 230 Volt eine Leistung von 1200 Watt. Berechne die Stromstärke. Hier die Angaben. Die Spannung U beträgt 230 Volt und die Leistung P beträgt 1200 Watt. Wir suchen die Stromstärke I, die wir in Ampere ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir die Formel Leistung gleich Spannung mal Stromstärke. Da P gleich U mal I ist, muss I P geteilt durch U sein. Wir ersetzen P durch 1200 und U durch 230. Und so finden wir, dass die elektrische Stromstärke ungefähr 5,22 Ampere beträgt.